Wenn ich an unser Bruckner Orchester, das Orchester Oberösterreichs denke, dann höre ich Musik. Es gibt für mich also auch nicht den einen besonderen Moment in der Erinnerung. Ich habe viele schöne Momente, Konzerte, Opernaufführungen, aber auch viele Begegnungen mit den Musikerinnen und Musikern. Wir waren alles zu einer Zeit, in der es uns noch möglich war, einander so zu begegnen, wie wir das eben gewöhnt waren. Viele dieser musikalischen Momente sind auch mit besonderen Orten verbunden. Wenn ich an die Tournee in England und an das Konzert in London 2018 denke oder an das Konzert im Wiener Musikverein 2019, das waren besondere musikalische Höhepunkte und große Erlebnisse. Das alles hat dazu beigetragen, den Ruf unseres Orchesters in Österreich, aber auch international als musikalischer Botschafter unseres Bundeslandes zu prägen. In jeder Hinsicht besonders war auch die Missa Universalis mit Illa Craig im März 2020. Das war für mich das letzte Konzert vor dem damals ersten Lockdown wegen des Coronavirus. Und dann kam das Konzert im Brucknerhaus Mitte Oktober 2020, bei der Beethovens V. in beeindruckender Weise zu hören und zu erleben war. Diese Symphonie trug an dem Abend ihren Namen Schicksalssinphonie wohl sehr zurecht, denn es war eines der raren musikalischen Highlights im vorigen Jahr. An diesem Abend konnte man spüren, wie sehr dem Orchester das Publikum, aber auch wie sehr dem Publikum sein Orchester gefehlt hat. Ihr fehlt uns, wir freuen uns über alle Streaming-Angebote und Fernsehangebote, die es gibt, aber wir freuen uns ganz besonders, euch bald auch wieder live zu hören. Vielen Dank.